Moin zusammen. Heute mal ein kleines Video. Ich bin gerade dabei, mir eine Herkules M4 fertig zu machen. So für nächsten Sommer mal zum Einkaufen fahren, Brötchen holen, sowas in der Art. Ich schau mal jetzt die Kamera hier um. Das ist das gute Stück. Baujahr 76, aus erster Hand. Bei dem Motor bin ich schon bei gewesen. Da sind neue Lager reingekommen, neue Dichtungen, alles. Da liegen da oben schon Bautenzüge in Grau. Die muss ich noch fertig machen. Hier sind die Innenzüge dafür. Neue Reifen gibt es dafür. Noch ein bisschen Arbeit. Und alles ein bisschen polieren. Den Lack, den wollte ich so lassen. Das Originallack. Zwar hier und da Macken, aber für Brötchen 76, 43 Jahre ist das alles noch ganz kernig. Meinst du, was nicht so schön ist, sind die Felgen? Damit man das sehen kann. Damit Kronpolitur noch was machen kann. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.